Ist jetzt auch nicht so schlimm. Erste Runde ist okay. Ja, ist MBK down oder ist er ja noch drinnen? Dave, vier Punkte tot. Ja, erste Runde, wie gesagt, geht noch. Ist okay. Ja, die Runde wäre auf jeden Fall schon, sollte schon Top 20 sein. Wollte ich gerade sagen, wir können eh nicht alle Runden spielen, von daher juckt eh nicht. Okay. Das war's. Das war's. alles entspannt leute let's go okay ich muss jetzt echt zusehen er geht doch wahrscheinlich kann sein dass er mich schlecht abfangen will ist egal ist egal ist egal ich will hier hoch was soll die feiten da ja Okay. die sie das war sogar ja 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 easy ja ich würde die impuls auf ihm eigentlich und auch die fürs ich kann die zone tanken da war immer dings wird ich war allerdings hier ich denke bis die zonen leute nicht stefan kurs problem dick zu laufen leute die zu laufen crazy die 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 ich brauche allerdings nicht egal zu nice danke mein bester kurs für die 10 ist doch ein witz oder lebt mbk noch ok nice punkte wm big leute gleich bezweifle dass wir bunker bekommen würden und und Das war's für heute. Oh My bro Alter Bro, wie lang braucht das alles zum nachladen? Crazy bro Das ist crazy bro Das ist wirklich real rap crazy bro Ich muss da echt aufpassen Leute Hier liegt noch, sind noch Kist, Leute Ja, wir sind jetzt auch noch nicht in so einer Dings der erste Runde Oh, nice, nice, nice Bunker ist big, Leute Kommt noch einer in die Zone oder was? Ey Aber was war das denn grad Äh, äh, äh Für Müll gewesen Seid mir ehrlich Big M cambi Mdzie Tis An uit selbst ich hab ein pro medaille neben mir ich weiß es leider nicht ich ich das gute ist hier sind nicht so viele büsche ist ja ich meine braun warum vergesse ich immer alles nachzuladen easy ich will ungern auf die medaille gehen ich sag's ehrlich können wir uns im endgame holen drei punkte nochmal wichtig oh mein gott das ist echt big wie läuft bei dir? ja erste runde direkt gestorben ich bin halt erste runde auch jetzt fertig welcher platz? was war ich leute das sieht man irgendwo weiß ich gar nicht ich hab erste runde 26 26 punkte? ja erste runde gut alter holy stark was wie viele kills hast du gemacht? ich hatte zwei oder drei ich weiß nicht ob ich den am ende noch bekommen habe aber moving zone ich bin am ende dein moving zone ok ok aber wir müssen ja noch ein paar gelebt haben wenn du nur einen dingspunkt weil die dicken punkte gibt es ja top 10 weißt du ja ich glaube es waren 13 oder 14 ah Mist der top 10 ist natürlich big bababoo ah drei stück ich hab drei krebs hä wo guck ich denn wie viele kills ich hab sieht man das irgendwie ja siehst du illuminierung bro weil karriere ne ja ne ne doch wenn du auf turnier gehst bro wenn du turnier gehst wettkampf ach ja hier 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 wettkampf ja und dann trainiert details aber das mitbauen cringe ja es gibt den gleichen cup auch mitbauen ach hier hier ne eliminierung 2 2 2 2 2 ah ich bin die erste runde direkt bro lost gestorben aber digga auf eliminierung gehen wie lost wäre das ja bringt nichts bringt nichts du kriegst einen punkt 1 punkt das ist so ein lacher 1 punkt also ich find's leider auch schade äh äh also da müssen wenn du top 10 bist bro top 3 oder so kommst top 7 dann machst du schon 40 punkte oder so gefühlt ja was ist also hm hm ok next round viel spaß boah die medaillen fighten sich die ganze zeit leute das ist crazy wir haben richtig bock aufeinander ja top 10 ist auf jeden fall locker drin wir haben echt gut loot ich bin zufrieden das einzige was jetzt natürlich äh ich finde bei der sohn boah ich gehe ein busch da könnte jetzt natürlich einer campen und das wärs dann ne ja ich probiere bin ich probiere auf wind zu gehen wirklich jetzt also irgendwie hier nicht 11 11 12 Okay. Ich geh full of placements. Wichtig, Bro. Wichtig, Bro. Bro, gelandet, direkt da umgegangen. Aber es ist eh wusch, Bro schaffst eh nicht alle Games, also es ist eh wusch, wirklich jetzt. Aber Bruder, ich chill dort in diesem Ort schon fünf Minuten, er konnte mich einfach rushen, pushen. Bro, bei mir auch, bei mir auch. Bist du noch eine Runde? Ja, warte, warte. Ich hab sogar so einen gepult. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ja, er weiß, dass ich hier bin, oder? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Das war's für heute. Das war's. Ja, er hat 5 Schuss. Er hat 5-fach, Bro. Er hat Legendary 5-fach. Was soll ich denn machen? Schlecht. Hätte ich reingehen sollen. Ja, GG.